hallo meine lieben kochfreunde ich bin der matti ich begrüße euch recht herzlich auf meinem kochkanal auto kitchen zu einer neuen folge heute geht die virtuelle kochreise in den libanon ganz ohne visum mit ganz viel appetit ich zeige euch ein libanesisches nationalgericht wird übrigens nicht nur im libanon sehr gern gegessen sondern das ist ein richtiges mainstream essen wird ein restaurant auf der ganzen welt serviert nicht ohne grund denn es ist sehr gesund es ist tabule ja tabule das ist ein leckerer petersilien salat oder bulgur salat mit einfachen und gesunden zutaten wie blatt petersilie minze frühlingszwiebeln tomaten olivenöl zitronensaft salz und pfeffer und natürlich bulgur ja zum bulgur sei gesagt den gibt es in vier verschiedenen körnungen 1 bis 4 von sehr fein bis grob was wir brauchen das ist die körnung 1 also sehr fein und ja wie viel hier von was verwendet von den zutaten das bleibt euch überlassen hier in europa wird tabule mit etwas mehr bulgur dafür weniger petersilie gemacht in im libanon ist das anders überwiegt der petersilie anteil deutlich ich kann euch nur sagen das ist wirklich sagenhaft lecker und je feiner jedes schnippelt desto besser wird dass da kommen die aromen ganz ganz zum tragen oder ja und wie man tabule zubereitet leute das zeige ich euch wie immer jetzt in diesem und wie man selbsttäusche sie sich nicht durch die alteמעte ein krebside und und die 1.7.7.7.9.10.200V und die 20.11.2022 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Natürlich freue ich mich wie immer, wenn ihr den Kanal abonniert und meine Videos schaut, ansonsten Leute, bis zum nächsten Mal, euer Matti